Virabhadrasana 3 ist im Ayenga-Yoga und anderen Yoga-Stilen, die sich auf Krishna-Macharya beziehen, der Name für eine Heldenstellung, die in anderen Richtungen, zum Beispiel bei uns als Vimanasana, als Flugzeug oder auch als Waage bezeichnet werden. Virabhadrasana 3 gehört zu den Gleichgewichtstellungen, zu den Einbeinstellungen. Ausgangsposition ist die aufgerichtete Stehhaltung, Tadasana. Von hier ausgehend hebe das rechte Bein nach hinten hoch und beuge dich nach vorne und strecke die Arme nach vorne aus. Das Standbein kannst du dabei leicht beugen, sodass es mit dem Gleichgewicht leichter geht. Die Handflächen zeigen zueinander und das hintere Bein kann ausgestreckt sein. Im vollen Virabhadrasana 3 sind tatsächlich eine gerade Linie von Fersen bis zu den Händen, aber es ist auch etwas angenehmer, wenn du das hintere Knie etwas beugst und auch die Arme leicht gebeugt hältst, auch das Standbein leicht gebeugt hältst. Es ist gut, wenn man eine Seite geübt hat, die andere auch zu üben und das Ganze gibt dann Gleichgewicht und Festigkeit wie auch Zielgenauigkeit. Virabhadrasana heißt die Stellung des guten Helden. Vira heißt Held, Bhattra heißt Gut. Und dazu gehört auch Gleichgewicht halten zu können, Zielgerichtetheit halten zu können und auch zu wissen, wann es Zeit ist, Pause zu machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.